Ich liebe diese, geil. Einfach geil. Klar, Max, das können wir gerne machen. Aber ich werde es mir halt erst holen, wenn ich das Geld dafür habe. Und jetzt habe ich das ja über den Game Pass von Xbox. So, weiter geht's. Leute, weiter geht's. Im Text, ja. Weiter geht's mit Halo. Halo 1. Halo 1. Von 2001, ja. 2. 2. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. ups und 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 Die Präsenz der Allianz ist starker als ich dachte. Sie scheinen die ganze Region im Griff zu haben. Irgendwie. Ist möglich. Oh, wie ist es, er schläft. Oh, wie ist es, er schläft. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört sich jemand, Ende. Dass in diesem Tag uns noch menschliche Streitwürste sind. Cortana anfeuer Team Solo, ich höre Sie. Feuer Team Solo, hier Cortana, Position halten. Wir sind auf dem Weg. Und? Router, berühren Sie sich! Oh, das ist wirklich fun. Ich wusste nicht, dass am Ende so ein Typ da ist, das ist natürlich kacke, aber darf ich nicht zu nah ran, darf ich nicht zu nah ran auf ihn. Ich habe auf die geschossen. Ich muss sie verarschen. Hä? Muss ich das checken? Das muss ich nicht checken, oder? Interessant. Die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich. Ob das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert, oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben. Werbelassend. Hier ist Feuerteam Sulu. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand, Ende! Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind... Cortana an Feuerteam Sulu, ich höre Sie. Feuerteam Sulu, hier Cortana, Position halten, wir sind auf dem Weg. O Systems, Katzen. O burg! Oh nein. Klarieren Sie sich! O applyen Sie sich. Ah! Oh nein! Wie's denn ich bin? Der Name! Was? Äh, ich bin ich. Was? Da reden Sie sich! Oh Gott! Mein Aim ist gerade drin. Ist er gerade runtergefallen? Ach ja, Maxo, ich habe neue Sub-Emote für mitbelastet. Ich habe keine Ahnung, ob die schon Freischalt sind eben Emotes, aber sie sind auch erst ab 9,99 Euro. Wäre es doof, dass mein erstes Partner mehr Emotes haben kann und ich kann ja nur eins haben. Und ist die Oh nein, nein, nein... 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 100% Warum? Interessiert. Die Veter Corey sieht natürlich aus, nicht künstlich. Ob das umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert oder ob die Konstrukturen Ich renne jetzt einfach durch, Alter. Ich renne jetzt einfach durch. Stirb! Warte, das war nicht zu gepranst. Ich wollte grauen. Der Typ. Großer Typ. Wo sonst ich bin? Ist er tot? Oh, nee, das ist er nicht. Ist er denn? So gut, noch nicht. Woof. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein Ich bin wieder unsichtbarer, ich hasse es Das Problem ist, dass diese Schwerze sind One-Hit bei mir Mit einmal treffen bin ich tot Und Ich bin wieder unsichtbarer, ich habe es Ich sollte mich eventuell um Munition kümmern, aber nur eventuell. Ich werde während der Arbeit schlafen, unglaublich, aber los. Gar nicht. Ich werde mit dem. Ich werde mit dem. Ich werde mit dem. Oh! 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 Ähm... Muss los? Gut, ja. Keine Munition mehr. Nur noch die Munition die ich dabei habe, deswegen werde ich jetzt auf so eine Pistole umwechseln. Wechsel. Ich habe hier noch nichts. Soll ich überhaupt jemand da oder seid ihr einmal am Pennen? Ich werde mit dem. Ich werde mit dem. Ich werde mit dem. Vorne hin. Irgendwo. Denke ich mir. Irgendwie. Irgendwie. die passen null zur Hale. 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 Boah, nice! Oh mein Gott, ein Panzer! Ja... Ich bin da, okay, nice. Also Marleen ist da und Maxi ist da. Will den Panzer haben. Wird sterben wahrscheinlich bei dem Versuch. Nein, ich führ rauf! Lass mich rauf! Lass mich rauf! Ja. Hab nur den Dicken, da kann man nicht so viel schreiben. Dicken was? Ach so! Euren Sohn! Richtig? Digga! Will der mich vom Klet... Mit verarschen! Euren Sohn! Euren Sohn! Was soll ich denn da machen? In Realtalk, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen, Leute? Was soll ich denn da machen? Du Idiot! Ja, genau. Ja, genau. Ja, ihr werdet sterben, das ist richtig. Ich raste gleich aus! Ich raste gleich aus! Jetzt dampfe ich erst mal nur noch. Mal gespannt, wie viele Tage ich das durchhalte. Wird schwer werden für mich, wisst ihr. Weil ich doch relativ viel geraucht habe. Ey, Digga, gib mit! Ich mache die Scheiße wieder, du Wichser, Alter! Ich wollte das Ding haben! Spaß, Alter! Ja, muss los! Ja, muss los! Muss los! Endlich! Oh! Ja! Ein Panzer! Darf ich den fahren? Darf ich? Darf ich? Ja! Oh, geil! GG! Ich weiß, wie mein Scope installiert. Wo hast du die Anzeige? Der nicht entschieden? Sabe! Halt Zeit! Washi! Servus! Na, mein Kleiner! Wie geht's dir? Was glaub ich dir? Was glaub ich dir, Pascal? Ragequid incoming? Nein! Bei so einem schönen Spiel kann man nicht Ragequiden, Digga! Das geht nicht! Das geht nicht! Geht aber nicht! Geht aber nicht! Oh nein! Oh nein! Was ist das? Was ist das? Wow! Vielleicht wird's sein, der ist kaputt! Oh, kaputt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Einen wunderschönen an alle! Ja, danke! Ja! Gut, gut! Habt aus Versehen bis 3! Alles klar, Waschi! Läuft bei dir, Bruder! Ich mach's immer wieder den gleichen Fehler! Läuft bei dir! Und, hast du gut geschlafen, Waschi? Okay! Wollt nicht verarschen, der lebt ja immer noch! Ja! Wie denn noch? Wie viele denn noch? Jemals auch nur 2! Äh... Alter! Wollt gar nicht so lange! Wie lange hast du denn jetzt geschlafen? Von wann bis wann, Digga! Ich bin jetzt schon seit 7 Stunden live! Wann kann's ja eigentlich nicht her sein? Ja! Okay! Ich hab den Panzer nicht so schwache Erinnerungen! Nein! 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 Das ist gut! Ich hab gleich auf den Flitking Ragequid! Ich hab gleich auf den Flitking Ragequid! Du bist den Panzer der Allianz zur Verteidigung! Ja! Wir sind sicher! Oh Gott, ey, komm, warte, ich steig jetzt persönlich aus, ja, steig jetzt aus, wo bist du, da bist du, komm. Ich glaube, meine beste Munition ist, ja, ich werde so sterben, Alter, ich werde so sterben, ja, komm, überfahre mich, überfahre mich. Komm, noch einer. Nein, ich schieße jetzt noch nicht, weil sonst wieder ein Panzer in die Luft fliegt. So, so, ganz vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig. Kanzler. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Wow. Wow. Muss fucking nochmal los. Schlamm nochmal los. So, so. Das war's. Das war's. Das war eine schwere Geburt. Schwere Geburt. Oh, das ist ein Minen, oder? Das ist Minen. Das ist Minen. Oh, ich muss raus. Was ist das? Benji. Ha, 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 ha. Wer lappt jetzt? Oh, die sind das. Das ist ganz fort. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, ne, Leute. Sagt euch noch was anderes? Ne. Ich hab eben was anderes gesagt. Ich hab eben ein bisschen ROE gespielt in ein paar Runden. Wieder spiel für der Halo. Ich spiel heute nix anderes mehr, Waschi. Ach, ja. Ach, ja. Ich bin fast rausgefallen. Roller, roller, roller gefallen. Der hat doch fast schon Baffe gehabt. Ich bin fast rausgefallen. Und jetzt noch mal bei euch aufstehen. –ẫn– – Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich will mir einen Rauch aufhören. Ich glaube jetzt erstmal nur noch. Wahrscheinlich die erste Woche echt höllisch werden, denke ich mir mal. Was willst du denn jetzt eigentlich? Wie trifft er mich, wenn ich in eine... Ich check das nicht. Ich check das nicht. Checkt ihr das? Ich check das nicht. 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 Okay. Okay. Ich check das nicht. 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 Ich höre nicht. Ichah. Pfanzer bin, wo ich dann eigentlich weniger geschützt bin, aber halte trotzdem mehr aus. Nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Amonakan. Oh, ich bin am Arsch, ich bin hart am Arsch. Wie soll ich das denn schaffen? Das Ding ist auch noch leer. Alter! Komm, meinst du was ich lasse? Hier, komm, hier, komm. Panzer, fick dich. Das kann doch nicht sein. Okay. 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 Ich habe den Weg zu erwerfen. Ich habe den Weg zu erwerfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020